Der Olympiaturm ist ein Fernsehturm in München und eines der Wahrzeichen der Landeshauptstadt und des namensgebenden Olympiaparks. In dessen östlichen Teil er steht, mit 291 Metern ist er nach dem Nürnberger Fernsehturm Bayerns zweithöchstes Bauwerk. Er wurde Ende der 1960er Jahre erbaut und dient Besuchern auch als Aussichtsturm. Darüber hinaus beherbergt der Olympiaturm ein Turmrestaurant, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete wurde. Bis Ende 2012 bestiegen seit seiner Eröffnung 1968 knapp 40 Millionen Besucher den Turm. Geschichte, Vorgeschichte und Planung Für die sendetechnische Versorgung Münchens wurde 1957 von der Deutschen Post an der Blutenburgstraße ein 50 Meter hoher Antennenträger. Der Fernmeldeturm der Oberpostdirektion München errichtet, der später um 50 Meter erhöht wurde. Die Ausweitung des Fernsehnetzes erforderte weitere derartige Antennen. Stattdessen entschied man sich einen einzigen mit entsprechender Höhe zu errichten, der den gestiegenen Anforderungen gerecht werden konnte. Die ursprüngliche Planung sah eine Bauwerkshöhe von 325 Metern vor, was allerdings wegen flugtechnischen Bestimmungen verworfen werden musste. Zu Beginn dieser Überlegungen stand bereits fest, den Fernsehturm auch für die Öffentlichkeit über eine Besucherplattform zugänglich zu machen. Der Olympiaturm ist neben dem Olympia-Eissportzentrum das zweite vorolympische Gebäude im Olympiapark. Der fortschreitende Ausbau des Fernmeldennetzes in München sowie die verbesserungswürdige Sendeleistung der Rundfunk- und Fernsehprogramme ließen den Gedanken zum Bau eines Fernmeldeturmes aufkommen. Als Standort wurde das Oberwiesengfeld ausgewählt, da die Nähe zum Zentrum fast ideal war und hier zugleich ein Entwicklungsgebiet vorhanden war. Am 29. Januar 1964 beschloss der Stadtrat von München zusammen mit der Deutschen Bundespost den Fernmeldeturm zu errichten. Zu diesem Zweck wurde die Münchner Sportpark GmbH als Bauträgergesellschaft gegründet. Die Deutsche Bundespost als Bauträgerin und die Landeshauptstadt München konnten sich nicht auf ein einheitliches Konzept zur Turmgestaltung einigen. Daher wurden zwei Turmkörbe vorgesehen. Die untere Kanzel trägt Fernmeldeeinrichtungen. Die obere beherbergt die Aussichtsplattform und das Drehrestaurant mit 230 Plätzen in 181 Metern Höhe. Nach den Grundierungsarbeiten erfolgte am 10. August 1965 im Beisein des damaligen Bundespostministers Richard Stückeln, des Oberbürgermeisters Hans-Jochen Vogel und des zweiten Bürgermeisters Georg Brauchle die Grundsteinlegung. In den Grundstein wurde eine Zeitkapsel mit Münzen, Zeitungen und einer Urkunde eingemauert. Sie schließt mit den Worten. Nach den Arbeiten am Fundament wuchs der Turmschaft mit einer Geschwindigkeit von täglich zwei Metern und erreichte im Dezember 1965 bereits die Höhe von 151 Metern, sodass die Träger der Postkanzel eingebracht werden konnten. Die gesamte Bauzeit von 533 Tagen verlief unfallfrei. Die Bauausführung oblag der 1882 gegründeten und 1996 konkursgegangenen Baufirma Alfred Kunz GmbH und Mbco. die U.A. den Tunnel der Zugspitzbahn erbaut hatte. Nachdem am 26. April 1966 die K-Sekunden Internationale Olympische Komitee die Olympischen Sommerspiele 1972 nach München vergeben hatte, wurde der bereits in Bau befindliche Turm nachträglich in das Konzept der Olympischen Spiele im Grünen integriert und zum Wahrzeichen des Olympiaparks gewählt. Technik, Optimismus und Pressefreiheit sollen durch den Turm symbolisiert werden, was das Konzept der an den Idealen der Demokratie orientierten Spiele unterstreichen soll. Mit der Inbetriebnahme wurde der Fernmeldeturm der Oberpostdirektion München als Grundnetzsender abgelöst. Einige seiner Richtfangvereinrichtungen wurden zu den Olympischen Spielen am Olympiaturm installiert, um Fernseh- und Fernsprechverbindungen in Richtung Frankfurt, Nürnberg, Salzburg und für Italien zur Zugspitze herzustellen. Im Mai 1967 wurde das Richtfest begangen. Seit Eröffnung am 22. Februar 1968 wurde der Olympiaturm feierlich eröffnet. Seine gesamten Baukosten betrugen 22 Millionen Deutsche Mark. Er war zum Zeitpunkt seiner Fertigstellung der höchste Fernsehturm der Bundesrepublik und nach dem Moskauer Fernsehturm Mostankino und dem Berliner Fernsehturm der dritthöchste aus Stahlbeton weltweit. Der Turm diente vor allem für die sendetechnische Erschließung des Großraums München mit dem zweiten und dritten Fernsehprogramm. Die Sender dafür wurden von der Bundespost im April und Mai 1968 in Betrieb genommen. Damit kam dem Münchner Fernsehturm die besondere Bedeutung zuteil, ein Sternpunkt im Fernsehleitungsnetz zu werden. Mit einem speziellen Acht-Tuben-Kabel war die Postkanzel des Turms überdies mit dem Fernsehstudio Freimann des Bayerischen Rundfunks verbunden. Während der Olympischen Sommerspiele 1972 wurden vom Olympiaturm alle sportlichen Ereignisse weltweit übertragen. Anfang 1969 eröffnete im Erdgeschoss in der Fußumbauung ein Wiener Waldrestaurant mit Blick auf den Olympiasee. Im sogenannten Atriumgebäude konnten bis zu 240 Gäste bewirtet werden und mit der angrenzenden Terrasse standen weitere 300 Plätze zur Verfügung. Ebenfalls zur Wiener Waldkette gehörten die Cafeteria im Aussichtskorb und das Turmrestaurant auf 181 Meter Höhe, das vom Gastronom Friedrich Jahn geführt wurde. Jahns Idee am Turm ein Wiener Waldlogo anzubringen scheiterte allerdings an der notwendigen Genehmigung. 1999 wurde der Turm für umfangreiche Sanierungen drei Monate geschlossen. Unter anderem wurde das Drehrestaurant neu gestaltet, die Aufzüge modernisiert, neue Sprinkleranlagen eingebaut und das Gitter der offenen Plattform erneuert. Seit 2004 beherbergt der Olympiaturm das Rockmuseum Munich und ein Fotostudio. Am 5. April 2005 wurde die Spitze ausgetauscht, um mit einer neuen Antenne den Großraum München mit DVB-T zu versorgen. Dabei wuchs der Turm um 1,75 Meter. Die neue Antenne ist 19,2 Meter hoch und 6,2 Tonnen schwer. Die GFK-Zylinder wurden von einem Transporthubschrauber des Typs Gamow K3-2T in mehreren Etappen bis zur Spitze befördert. Im selben Jahr wurde auch der Antennenträger des Fernmeldeturms Nürnberg ersetzt und etwas erhöht, sodass seither der Olympiaturm gemessen an seiner Gesamthöhe knapp hinter dem Nürnberger Fernmeldeturm rangiert. 2006 wurde das Drehrestaurant von der Arena One GmbH übernommen, umgestaltet und im August 2007 unter dem Namen Restaurant 181 wieder eröffnet werden. Im Jahr 2009 wurde der Sternekoch Otto Koch von der Catering-Gesellschaft als Patron eingesetzt. Er änderte das gastronomische Konzept des Restaurants. Die international gehobene Küche wurde mit einem Michelin-Stern und 17 von 20 Goldmelaupunkten ausgezeichnet. Beschreibung Lage und Umgebung der Olympiaturm befindet sich im östlichen Teil des Münchner Olympiaparks, der 1972 Austragungsort der XX. Olympischen Sommerspiele war und ein Teil des Oberwiesenfeldes ist dieser, befindet sich rund 5 Kilometer nördlich des Stadtzentrums. Westlich vom Turm befinden sich die Olympiahalle und die Schwimmhalle. In östlicher Nachbarschaft befinden sich die Eissporthalle und das Sea Life München. Nur wenige Meter südlich des Olympiaturms verläuft der künstlich angelegte Olympiasee. An der Nordseite verläuft der verkehrsreiche Georg Brauchle-Ring, der das Olympia-Areal vom Automuseum BMW Welt trennt. Architektur und Bautechnik der Olympiaturm ist in Gleitschallbauweise errichtet. Dabei heben hydraulische Hebevorrichtungen die Schalung stündlich um 10 cm bis 20 cm. Der Schwerpunkt des Turms liegt aufgrund der sich verschlankenden Form und der nach oben hin dünner werdenden Wände bei 50 Metern Höhe. Der Turm ist mit einem Betriebsaufzug ausgestattet, der mit einer Geschwindigkeit von 4 m pro Sekunde fährt, sowie mit zwei Besucheraufzügen, die mit einer Geschwindigkeit von 7 m pro Sekunde fahren und pro Kabine etwa 30 Personen fassen. Beide sind mit einer modernen Kommunikationsanlage sowie einer Geschwindigkeitsanzeige für die Gäste ausgestattet. Die Fahrt mit einem Besucherlift zur Aussichtsplattform in 185 m Höhe dauert etwa 30 S. Der Aussichtskorb weist fünf Stockwerke auf. Diese gliedern sich von unten beginnt wie folgt. T. Betriebsgeschoss mit Drehkonstruktion A1 Drehrestaurant A2 Aussichtsplattform mit dem Rockmuseum Munich, einer Dauerausstellung mit vielen seltenen Sammlerstücken der Rockgeschichte. Von Herbst bis Frühjahr veranstaltet das Rockmuseum regelmäßig Konzerte im Turm. A3 Offene Aussichtsplattform Auf dieser Ebene befindet sich auch die Fensterputzgondel, die beim Einsatz hydraulisch über das Gitter gehievt wird. A4 Über zwei Außentreppen gelangt man von A3 auf die oberste Plattform. Diese Plattform ist nicht öffentlich zugänglich. Punkt Brandschutzeinrichtungen Die Brandschutzvorrichtungen wurden in den letzten zwölf Jahren kontinuierlich ausgebaut. Auslöser dafür war der Turmbrand in Moskau am 27. August 2000. So wurden im Olympiaturm etwa 180 Türen gegen Brandschutztüren mit der Feuerwiderstandsklasse T90 ausgetauscht, viele Wände abgerissen und feuerfest neu erbaut. Innerhalb des Turms wurden durch feuerhemmende Planensektoren gebildet, die eine Ausbreitung des Brandes bremsen. Auf eine Entrauchungsanlage wurde verzichtet, da damit zusätzliche Frischluft an den Brandherd geführt wird. Stattdessen steht die Luft im Turm unter leichtem Überdruck. Alle brennbaren Boden- und Wandbelege wurden entfernt und eine Hochdrucklöschanlage installiert. Die Löschanlage produziert mit 50 Bar Druck einen feinen Wassernebel, der bei geringem Wasserbedarf schnell und effektiv Brände löschen soll. Daten Baubeginn war am 1. Juni 1965 Eröffnung am 22. Februar 1968. Postkorb von 147 Meter bis 167 Meter Höhe. Aussichtskorb von 174 Meter bis 192 Meter Höhe. Durchmesser 28,3 Meter. Dreherestaurant vollzieht in 53 Minuten eine 360-Grad-Drehung. Ab einer Windgeschwindigkeit von mehr als 80 Kilometer pro Stunde wird der Drehmechanismus automatisch abgeschaltet. 1.230 Stufen bis zur Plattform auf 185 Meter Höhe. Gewicht 52.500 Tonnen Inkel. Fundament. Fundament 12 Meter Tiefe. Rezeption und Nutzung. Durch die unterschiedlichen funktionalen Ansätze der beiden Turmkörbe und der Aufteilung der architektonischen Gestaltung entstanden zwei wenig einheitlich wirkende Einheiten. Der Betriebskorb wurde vom Architekten der Oberpostdirektion München gestaltet. Der Oberbesucherkorb durch den Architekten Sebastian Rosenthal vom Hochbauamt der Stadt München. In der Anfangszeit wurde dieser Unterschied durch eine Vielzahl an Richtfunkantennen etwas kaschiert. Mittlerweile lassen sich die stark voneinander abweichenden architektonischen Ansätze deutlich erkennen. Erwin Heinle und Fritz Leonhardt, die Väter des modernen Fernsehturms, kritisierten diese Inhomogenität im Bauwerksbild und nannten sie sogar dem Rang einer Landeshauptstadt nicht entsprechend. Der Olympiatum wurde im Rahmen der ersten Blockausgabe Olympische Sommerspiele 1972 in München im selben Jahr von der Deutschen Bundespost dargestellt. Die Briefmarke mit einer Auflage von 7.865.000 erhielt den höchsten Frankaturwert des Blocks mit 70 Pfennig zuzüglich 35 Pfennig zuschlagswert und zeigt eine Grafik des Turms. Der Teil einer Luftansicht des Olympiageländes ist. Die in München ansässige und 1979 gegründete Sektion des Lions Club trägt den offiziellen Namen Lions Club München Olympiaturm. Neben der touristischen Nutzung und derer als Fernmelde- und Telekommunikationsdurm dienten die insgesamt 1230 Stufen des Olympiaturms seit 1993 einem jährlich im Oktober stattfindenden Treppenlauf-Wettbewerb. Dem Olympiaturmlauf aus Mangel an Sponsoren fand er letztmals 2011 statt und wird aktuell nicht durchgeführt. Sendeanlagen, Rundfunk und Fernsehen Aufgrund der Höhe des Bauwerks ist das Sendegebiet des Olympiaturms sehr groß. Es reicht bis in die südliche Oberpfalz, nach Niederbayern und Bayerisch-Schwaben. Im österreichischen Tirol- und Salzburger Land ist der Sender mit guten Antennen zu empfangen. Sogar in den Südtirolerer Alpen kann man vom Olympiaturm abgestrahlte Programme empfangen. Insgesamt versorgt der Sendebereich des Olympiaturms 6 Millionen Zuschauer. Die UKW-Hörfunkprogramme des Olympiaturms haben eine geringe Sendeleistung, sind aber wegen der Antennenhöhe schon bei leicht angehobenen Bedingungen in über 100 Kilometer Entfernung zu hören, Frequenzen und Programme. Analoges Radio beim Antennendiagramm sind im Falle gerichteter Strahlung die Hauptstrahlrichtungen in Grad angegeben. Digitales Radio DAP wird in vertikaler Polarisation und im Gleichwellenbetrieb mit anderen Sendern ausgestrahlt. Digitales Fernsehen Die DVB-T-Ausstrahlungen auf dem Wendelstein laufen seit 30. Mai 2005 und sind im Gleichwellenbetrieb mit anderen Sendestandorten. Analoges Fernsehen Bis zur Umstellung auf DVB-T wurden folgende Programme in analogem Pell gesendet. Amateurfunk Auf dem Olympiaturm befinden sich mehrere Relaisstationen für den Amateurfunkdienst, die aufgrund der hohen Lage der Antennen in rund 200 Meter übergrund exzellente Verbindungen für die Funkamateure in München und Umgebung sichern. Die Reichweite beträgt bis zu 130 Kilometer und erstreckt sich auf ganz Südbayern bis nach Österreich. Auf 70 Zentimetern über die Relais DB0IL mit Ecolink, sowie über das DMR und D-Star Relais mit dem Rufzeichen DB0TVM kann man Gespräche mit der ganzen Welt führen. Im Einzelnen befinden sich folgende Installationen im Betrieb. Des Weiteren wird vom Turm auch Mobilfunk abgestrahlt, unter anderem wurde eine der ersten E-Plus-UHS-Anlagen auf dem Olympiaturm installiert.